Sobald man anfängt, in die Ursprünge solcher Mythologien zurückzugehen, solcher populären Erzählungen, wird man plötzlich feststellen, dass es den einen Kern der Wahrheit oder die Ursprünge nicht gibt. Wenn diese Leute alle nicht mehr gehört werden, dass natürlich Julian Reichelt und Co. es wahnsinnig leicht haben. Und das hat man bei Corona schon angefangen und das wiederholt man jetzt gerade wieder. Hallo Wolfgang. Hallo Dara. Ich freue mich. Jetzt ist fast, glaube ich, ein Jahr vergangen oder ungefähr ist auch ein Jahr um, seitdem wir das letzte Mal im Stream gesprochen haben. Und ich finde es super, dass du wieder da bist. In der Zwischenzeit ist natürlich auch eine ganze Menge passiert, auch eine ganze Menge politisch passiert. und wir haben auch vielleicht bei manchen Themen unterschiedliche Meinungen, aber darum soll es halt heute nicht gehen, weil wir wollen uns heute über Filme unterhalten. Welche Themen meinst du denn? Ach, vielleicht so ein paar, weiß nicht was, kriegerische Auseinandersetzungen in der Welt und wie man das Ganze angeht und solche Geschichten. Ja, ich meine, man muss ja nicht in jeder Sendung über dasselbe diskutieren. Sonst haben wir es ja wie im Fernsehen mit den Talkshows erst zwei Jahre Corona. Jetzt fünf Jahre Krieg oder so. Genau. Das ist natürlich, ich mache natürlich nur Werbung hier für meinen Podcast mit Stefan Schulz Neue Zwanziger. Da sprechen wir über alles Politische und allen Zeitgeist. Vom Panzer bis hin zu, darf man eigentlich noch im Fitnessstudio flirten? Das sind da die Themen. Genau. Ihr könnt da gerne vorbeischauen. Man kennt dich aus vielem. Erstmal natürlich die Filmanalyse, dann auch Wohlstand für alle, was du mit Ole Niemann zusammen machst. Und diverse Male bist du dann auch in der ganzen Sphäre um Thilo Jung immer wieder zu Gast und machst dort dann auch den Podcast, die 29er. Und da können natürlich dann auch alle sehr gerne mal reinhören. Mache ich auch immer wieder, um dann auch eure Perspektive auf die Themen zu erhalten. Und naja, vor allem bist du bekannt als Filmkritiker. Du kritisierst Filme ideologiekritisch. Und was das heißt, da versuchen wir uns natürlich auch nochmal ranzutasten jetzt im folgenden Gespräch. Ich wollte mit dir sprechen über den Kulturkampf von rechts, der nach wie vor geführt wird. Immer wieder kommen neue Filme raus. Wir haben vor allem Disney, wir haben Marvel. Wir sehen, diese Filme werden diverser. Und der Vorwurf steht immer im Raum. Man versucht uns da zu indoktrinieren. Man versucht uns das aufzudrücken. Wie siehst du das aktuell? Passiert das noch? Hat sich das verändert? Oder haben die Rechten da vielleicht auch ein bisschen Recht? Die Rechten haben gewisserweise schon insofern Recht, als Filme politisch sind. Sie haben da Unrecht, wo sie glauben, dass dies nun eine Entwicklung der vergangenen fünf Jahre oder zehn Jahre ist. Und dass Filme, vor allem Unterhaltungsfilme, vorher unpolitisch waren, keineswegs. Nur waren sie in einer anderen Weise dann politisch oder repräsentierten, propagierten etwas anderes. Das verschiebt sich. Aber sie haben Recht in dem Sinne, dass natürlich darüber Politik gemacht wird. Und dass es immer wieder Hegemonien gibt von dem, was repräsentiert werden soll. Und das ändert sich, beziehungsweise das ist natürlich ein permanenter Kampf von Auseinandersetzung. Ich glaube allerdings, dass die Unterhaltungsindustrie wie fast alles, was wir gesellschaftlich erleben, politisiert ist im Sinne einer Hyperpolitik. Also, dass wir jetzt eigentlich das nachholen, was wir in den vergangenen 20, 30 Jahren kaum hatten. Zum Beispiel ist die Filmkritik als Ideologiekritik eigentlich nicht mehr präsent gewesen in Deutschland, aber auch nicht in amerikanischen Bereichen. Und das ist etwas, was dann wiedergekommen ist, eigentlich durch die Fragen der Repräsentation von Frauen auf der Leinwand. Also im Zuge von MeToo und all dem. Und dann wurde das ausdifferenzierter mit dann auch immer wieder anderen neuen sozialen Protesten, gesellschaftlichen Protesten wie Black Lives Matter und gewissen Kampagnen wie Oscars, So White und dergleichen. Sodass also dadurch plötzlich man gesehen hat von linker Seite, ach so, es sind nicht nur Filme, die unterhalten wollen, sondern die tun das auf diese oder jene Art. Und da muss es doch darum gehen, dass anderes auch stattfindet. Und das haben natürlich auch die Rechten wiederum begriffen. Und so wird der Kulturkampf darüber ausgeführt, was ja auch besonders unsere Gesellschaft prägt, nämlich eine Abkehr von der materialistischen Theorie hin zum kulturalistischen Standpunkt. Und dann ist am Ende für Leute entscheidender, welche Marvel-Figur wird von wem gespielt, als die Frage, gibt es fünf Prozent mehr Lohn, wenn gleich diese letzte Frage eigentlich die entscheidende wäre. Wir sprechen ja in gewisser Weise heute, auch wenn die Fastenzeit ist, über Karnevalsthemen. Denn die materielle Grundlage ist natürlich das A und O. Und erst dann schließen sich diese anderen Fragen, die wir heute disputieren, an. Und die materielle Grundlage sieht sehr, sehr bescheiden aus. Wir haben ja ständig neue Zahlen, nicht nur zur Altersarmut, sondern generell zur Überschuldung, zur Jugendarmut. Wir wissen jetzt auch, es treten mehr Leute in Gewerkschaften ein. Ver.di kann 45.000 Mitglieder verzeichnen, haben sie in den letzten zwei Monaten gesammelt. Aber es zeigt sich jetzt gerade nicht, dass es eine soziale Verbesserung gibt, sondern auch im Zuge all der Krisen, oder Adam Thur spricht von Polykrisen, merkt man, dass der Druck stark nach unten abgegeben wird. Ja, das Interessante ist ja, du hast ein Buch geschrieben mit Ole Niemann zusammen über Influencer und die Influencer-Ideologie. Und das passt dort auch wieder sehr gut rein, weil alles wird zu Content. Auch der Kampf von rechts gegen, wenn sie dann, ne, man produziert ein YouTube-Video, hat als Thumbnail, als Bild für das Video repräsentativ. Ariel ist jetzt schwarz und lässt sich dann zehn Minuten darüber ab, immer eigentlich mit der gleichen Geige. Schaut mal her, da ist irgendwo eine Verschwörung im Gange. Man möchte uns überfremden, man möchte unsere Identität streichen. Und das klickt sich aber auch. Also, ne, ich schaffe es damit auch als Rechter. Da sind viele Leute auch besonders emotional gefasst, weil sie mit diesen schrecklichen Disney-Filmen ihre Kindheit verbinden, was natürlich auch auf eine traurige Kindheit zurückdeuten lässt. Nein, Spaß beiseite. Es ist natürlich etwas, womit man schnell Klicks sammeln kann. Und es ist ja absurd, denn da sieht man auch, wie inkonsequent die rechte Argumentation ist, bei einer Fantasiefigur festschreiben zu wollen, wer diese spielt. Also, eine Fantasiefigur ist nun mal eine Fantasiefigur und die ist nicht an Irdisches geknüpft. Hinzu kommt, dass sowieso in der Sphäre des Schauspiels so viel möglich ist. Aber da glaube ich, also man muss bei diesen rechten Phänomenen, wenn man sie wirklich verstehen will, auch immer sich fragen, wo hat man quasi eine Marktlücke aufgetan für die Rechten. Und da haben wir eigentlich zwei Diskurse. Wir hatten einmal den Diskurs angestoßen in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube auch von Carolin Ehmke und einigen anderen, die Schauspielerinnen versammelten, die aber auch Männer versammelten, die nicht heterosexuell sind. Vor allem sehr viele schwule Schauspieler wurden da versammelt. Und die wollten eigentlich mit ihrer Botschaft, mit ihrem gemeinschaftlichen Coming Out, auch viele Frauen, die sich als lesbisch geoutet haben, Schauspielerinnen, die wollten eigentlich mit diesem Act Out sagen, wir sagen jetzt, dass wir nicht heterosexuell sind, aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir nur noch für schwule oder lesbische Rollen besetzt werden. Wir können alles spielen. Das war die eigentliche Aussage dieses Appells. Zugleich aber gab es den anderen Diskurs, der sagte, wenn wir ein Biopic über einen schwulen Schriftsteller haben, dann muss das von einem Schwulen gespielt werden. Oder es ist nicht möglich, dass ein Italiener ein Spanier spielt oder so. Und damit hat man aber selbst eine identitäre Festschreibung gemacht. Und die Rechten machen jetzt auch eine identitäre Festschreibung. Dabei muss man eigentlich sagen, in der Sphäre des Spiels ist zunächst einmal alles erlaubt, außer das, was ganz offensichtlich diskriminierend ist. Also es gibt keinen Grund, Blackfacing zu machen, zum einen. Und zum anderen, was viel gewichtiger ist, es hat eine lange rassistische Tradition und deswegen kann das nicht reproduziert werden. Das ist völlig klar. Aber es ist natürlich völlig unproblematisch, meines Erachtens, wenn der Heterosexuelle den Homosexuellen spielt und umgekehrt. Und wenn der Italiener oder Deutsch-Italiener Mario Adolf in einem Western Mexikaner spielt. Die Schwierigkeit liegt ja gerade dabei, dass, wenn wir uns jetzt vorstellen würden, wir würden einen Film drehen über Martin Luther King und wir würden dann die Hauptrolle Martin Luther King besetzen mit einem Weißen oder mit jemandem aus dem ostasiatischen Raum. Müssten wir uns da nicht lieber, dann müssen wir da nicht lieber sagen, dann drehen wir den Film gar nicht, sondern wir drehen Filme, wo das egal ist, wer wen spielt? Nee, also man kann schon solche Biopics ja machen und man versucht natürlich bei diesen Biopics eine möglichst große Ähnlichkeit herzustellen mit den real lebenden Gestalten. Das macht man, ob man Johnny Cash jetzt auf die Leinwand presst oder Elvis und da muss man oft lange suchen, bis man jemanden gefunden hat. Insofern bietet sich das bei Martin Luther King auch an, jemanden zu suchen, der ihm gleicht. Und natürlich würde sich da jedes Blackfacing oder so verbieten. Warum denn auch? Ich meine, es gibt ja Schauspieler, die das spielen können und das ist, glaube ich, nicht die Frage. Man muss eher überlegen, bei reinen Fantasy-Figuren, wie will man sie besetzen, beziehungsweise natürlich kann man dort alles machen. Aber das Kino ist durch sein Kleben am Realismus limitiert als das Theater. Also ich bin ja jemand, der anfing, bevor er wirklich als Passion ins Kino ging, ins Theater zu gehen. Und als ich im Theater war, habe ich alles gesehen. Lady Macbeth gespielt von einem nackten David Striso, König Lear gespielt von Barbara Nüsse. Das heißt, dort wurde immer schon alles auf den Kopf gestellt, was heißt immer schon, aber in den letzten Jahrzehnten. Also das Theater ist sehr losgelöst, zumindest das deutschsprachige Theater, von einem Realismus, wie wir ihn vom Film kennen. Beim englischsprachigen oder amerikanischsprachigen Theater ist es schon wieder anders. Da versucht man schon, dass der Hamlet auch so aussieht wie ein Hamlet und dergleichen. Und das ist aber im Film ganz typisch. Also wir würden jetzt uns doch eher wundern, wenn wir eine Geschichte erzählt bekommen von, weiß ich nicht, wir würden jetzt einen berühmten Film nehmen wie Titanic und plötzlich würde Leonardo DiCaprio von einer älteren Frau gespielt werden. Dann würden wir sagen, ja, das funktioniert mit dem Realismus nicht. Während wir das auf der Theaterbühne möglich machen, auf der Theaterbühne kann ich auftreten und sagen, ich bin Lady Macbeth. Und dann ist die Verabredung mit dem Publikum, dass es mir für diesen Abend das glauben wird. Das gibt es so beim Kino nicht. Und deswegen gibt es da auch so etwas wie Typbesetzung, was natürlich immer schon Schubladen öffnet. Aber natürlich können diese Schubladen sehr viel ausdifferenzierter sein. Und das ist erst mal das, was wir jetzt in Hollywood in den letzten zehn Jahren erleben, gerade auch bei den großen Mainstream-Produktionen, dass man erkannt hat, es kann nicht sein, dass wir Filme machen, die vorwiegend von Weißen nur besetzt sind. Und natürlich ist dabei auch ein ökonomischer Hintergrund zu verspüren, nämlich das ist ein Filmmarkt, der sich durch Indien, China, durch einige afrikanische Länder, durch Südamerika so internationalisiert hat, dass natürlich das Publikum in aller Welt nicht nur Leute haben, Bill, auf der Leinwand, die aussehen wie Tom Hanks und Mac Ryan. Im alten Griechenland, da haben nur Männer im Theater gespielt und im Amphitheater. Und auch die Frauenrollen wurden von Männern besetzt. Und generell in die Ursprünge von diversen Werken zu schauen, ist da auch immer interessant. Und auch beispielsweise bei der kleinen Meerjungfrau von Hans-Christian Andersen, da wurde ja schon sehr viel von Disney dran rumgedoktert, dass da am Ende eigentlich eine ganz andere Message schon rausgekommen ist, weil Hans-Christian Andersen war ja immer ein Gesellschaftskritiker, im Gegensatz zu vielen anderen Märchenschreibenden, während ursprünglich Märchen sehr, oder die Volksmärchen sich sehr häufig eine konservative Gesellschaft dargestellt haben, die in Gefahr geriet und dann gerettet werden musste von dem tapferen Prinzen, der die Prinzessin rettete. Natürlich hatte Hans-Christian Andersen da einen anderen Ansatz. Man hatte schon damals bei den klassischen Märchen diese Sage, du kannst es immer schaffen, wenn du bei, egal, Hänsel und Gretel, zum Beispiel, egal in was für einer verzwickten Situation du bist, wenn du dich anstrengst, dann kommst du da auch wieder raus. Und ein Hans-Christian Andersen hatte dann zum Beispiel die Geschichte des Mädchen mit den Streichhölzern, mit den Zündhölzern, die am Ende einfach leider tragisch stirbt und die Message war, sie wird es nicht schaffen, egal wie sehr sie sich anstrengt. Sie wird erfrieren in dieser Stadt, weil sie nun mal in Verhältnissen ist, aus denen sie nicht rauskommt. Und bei Hans-Christian Andersens, Kleine Meerjungfrau, war es am Ende auch so, dass die Geschichte eigentlich von einer verzweifelten Liebe handelt, einer aufopfernden Liebe, die niemals erwidert wird. Im Gegensatz zu dem Disney-Stück, wo am Ende ein Happy End stattfindet und die Meerjungfrau kommt meiner Erinnerung nach auch dann mit dem Love Interest zusammen. Und da ist es dann natürlich sehr interessant, wenn die Rechten sich darüber aufregen, dass dort dran rumgedoktert wurde, dass die Identität verzehrt wurde und stellt auch der einen Seite auch die Heuchlerei dar, weil es geht eigentlich am Ende nur darum, dass Ariel schwarz ist, nicht, dass die Geschichte verändert wurde. Das interessiert sie gar nicht. Aber müssten wir nicht vielleicht auch wirklich das wieder neu kritisieren bei solchen Gelegenheiten? Reden wir mal über Ariel und reden wir mal über die Ursprünge der Originalgeschichte? Ja, und dann müssen wir noch weiter zurückgehen, nämlich zu Fouquet, zum Undine-Stoff, den Hans-Christian Andersen im Prinzip aufgreift. Und man kann, und das würde die Rechten vermutlich auch erschrecken, die kleine Meerjungfrau, und das kann man auch biografisch bei Andersen sicherlich tendenziell nachweisen, als einen Deckdiskurs sehen, das also über die märchenhafte Allegorie eigentlich, eben wie du sagtest, erzählt wird die Geschichte einer unmöglichen Liebe, nämlich, dass es auch um Homosexualität eigentlich geht, die über diesen Stoff verhandelt wird. Und Thomas Mann hat sich ja auch sehr mit Hans-Christian Andersen aus nicht zuletzt diesem Grund beschäftigt. Und sobald man anfängt, in die Ursprünge solcher Mythologien zurückzugehen, solcher populären Erzählungen, wird man plötzlich feststellen, dass es den einen Kern der Wahrheit oder die Ursprünge nicht gibt und dass wir es eigentlich mit einer Palimpsest-artigen Konstruktion von Erzählungen zu tun haben. Das heißt, das Einfordern irgendeiner Identität und Originalität, wie die Rechten das tun, ist reinster Irrsinn. Also das ist von Leuten, deren kulturelles Gedächtnis dann bis ins Jahr, wann ist Ariel gekommen, 1991 oder so zurückreicht und das war es dann. Natürlich ist Disney par excellence, die Überformung und Aneignung von Kultur, was zunächst einmal neutral zu bewerten ist, aber man kann nicht da irgendeine Originalität herstellen und sagen, so ist das nun nicht mehr. Disney hat eigentlich immer schon das Prinzip Entwurzelung betrieben. Das Profit bei Disney ist nur, dass zugleich mit dieser Entwurzelung wieder neue Identitätskonstruktionen derart manifestiert werden, dass das dann die nur popkulturell Gebildeten tatsächlich für etwas besonders Schützenswertes halten. Dabei ist, wie du das richtig sagst, das eigentlich eine große Remix- und Sample-Kultur, wie alles, was aus Hollywood kommt. Also das ist eine Sache, die Ausweis ist einer modernen Popkultur. Und deswegen sind diese merkwürdigen Grabenkämpfe, die da stattfinden, sehr unverständlich zum einen. Zum anderen ist vielleicht nachvollziehbar, dass es Leute ärgert, weil Disney nun plötzlich mit so einem Virtual Signaling, mit so einem schaut her, wie unglaublich divers wir sind. Und das wird ja dann auch in den Trailern schon so geschnitten, dass wir es auch alle dreimal verstanden haben und sagen, ja, ganz richtig, so ist die tolerante, weltoffene Gesellschaft. Dass das natürlich eine didaktische oder pädagogische Zeigefingermethode ist, die beim Publikum nicht so gut ankommt. Und damit verlässt Hollywood in gewisser Weise schon ein bisschen seine Tradition. Denn es ging im Hollywood-Unterhaltungskino tatsächlich nicht so darum, den erhobenen Zeigefinger laufend zu präsentieren. Und das findet aber jetzt mehr und mehr statt. Und da regt sich dann ein gewisser Zorn. Ursprünglich Walt Disney, ja, schwieriger Charakter, würde ich jetzt einfach mal möglichst genehm versuchen, das auszudrücken. Und auch die Disney Corporation hatte auch immer eine schwierige Geschichte. Walt Disney war auch damals schon in den 30er Jahren, 40er Jahren, nee, in den 30er Jahren eher, in Deutschland unterwegs. Gerade auch Mitglieder des Naziregimes waren große Fans von Disney-Filmen. Gerade weil diese sehr häufig deutsche Märchen auch, ja, wiedergaben. Und auch... Hitler hat ja auch von Goebbels Disney-Filmen geschenkt bekommen. Ja, ich meine sogar so ein Mickey-Maus-Film. Davon war dann auch sehr angetan. Ja, während Disney selbst in den USA eine Zeit lang die amerikanischen Nationalisten unterstützt hat, die übrigens den Slogan hatten, America first. Ja. Und er war irgendwann auch durch den öffentlichen Druck dazu gezwungen, bei der, ja, ich sag mal, Kriegsunterstützung gegen Deutschland mitzuwirken. Dann auch plakativ ausgedrückt propagandistisch durch, ja, entsprechende Filme. Und, ähm, die dann Disney produzierte gegen Deutschland. Und das ist eben auch dieses Interessante, dass im Ursprung die Disney Corporation wirklich eine sehr konservative, ein sehr konservatives Unternehmen immer war. Auch immer eine sehr, ähm, konservative Ideologie. Könnte man schon sagen, versucht hat, das Ganze über die Filme auch zu transportieren. Und, ähm, im Laufe dann auch, äh, des Lebens von Walt Disney hat er auch immer konservative Politiker unterstützt. Ich glaub, das ging sogar noch bis Ronald Reagan. Ähm, bin mir nicht mehr sicher, ob er da, ob das, ähm, oder erinnere ich mich da vielleicht. Weißt du vielleicht besser, wie dem auch sei. Ich bin gerade unsicher, wenn gleich Ronald Reagan natürlich die konsequente Fortführung des Disney-Films ist. Ja. Ähm, so oder so. Ähm, heute ist die Disney Corporation, ähm, sehr stark im Visier, ähm, der Rechten. Ähm, sie arbeiten sich immer sehr gerne an den, ähm, an den Filmen, die dort produziert werden ab. Genauso natürlich auch Serien und alles andere, was aus der Disney Corporation kommt. Ähm, wie konnte das passieren? Dass, äh, eine praktisch eine im Ursprung, ähm, sehr rechte Firma mit sehr konservativen Ansichten, die versucht werden, das, äh, über die Filme und anderen Medien zu transportieren, ähm, dass sie heute, ähm, für das Sinnbild stehen von, äh, den Woken Medien, äh, die es gilt zu bekämpfen und die die Kinder indoktrinieren würden mit, äh, degeneriertem, äh, Gedankengut, etc. Nun, ich denke, das liegt zum einen daran, dass Disney sich auf der Oberfläche tatsächlich gewandelt zu haben scheint. Äh, also es wird mehr Diversität zugelassen. Es werden allerdings, äh, nicht alternative Liebesmodelle zugelassen. Hin und wieder mag es mal irgendwo einen flüchtigen Kuss geben, der nicht heteronormativ ist. Aber, äh, da machen wir uns nichts vor, äh, das ist, äh, nach wie vor sehr kläglich. Ich sage aber auch, ich erwarte das überhaupt gar nicht von denen. Ich wundere mich immer, wenn, äh, Linksliberale nichts anderes wollen, als dass, äh, Disney, äh, jetzt, äh, woke wird oder so. Mich interessiert das überhaupt gar nicht. Also, ich, die können ruhig so bleiben, wie sie wollen. Man muss es ja nicht gucken. Also, ich warte nicht darauf, äh, dass mein Leben gerettet wird, dadurch, dass die Disney-Filme besser sind. Sondern ich würde sagen, auch ein Leben ohne Disney ist möglich. Äh, warum das die neuen Rechten jetzt so, äh, sehr verfolgen ist, weil sie das sehr oberflächlich betrachten. Denn im Prinzip hat Disney sich auch nicht geändert, was zum Beispiel Eigentumsverhältnisse anbelangt, was klare Hierarchien in der Gesellschaft anbelangt. Es, äh, gibt nicht dort, äh, wirklich progressive Ideale, die nun propagiert werden. Äh, äh, das Einzige, was ist, dass sich das Oberflächenarrangement etwas verändert hat. Und dass man glaubt, man würde, äh, jetzt gegen eine Art Kulturmarxismus ankämpfen müssen, was in der ulkige Vorstellung ist, äh, dass Disney, äh, irgendetwas anderes vertreten würde als Kapitalinteressen. Und das ist aber etwas, dass man, wenn man das Ökonomische völlig ausklammert, äh, wenn man nicht mehr fragt, wie ist diese Gesellschaft eigentlich strukturiert, wer herrscht da eigentlich vor? Äh, sondern wenn man sich nur noch ansieht, wer repräsentiert was und wie ist, äh, beispielsweise, äh, die Geschlechterordnung, dann kommt man natürlich, äh, nicht zu dem Punkt, dass man eigentlich feststellen muss, dass Disney sich zwar an den Zeitgeist anpasst, dass es aber keineswegs jetzt in irgendeiner Weise widerständige Filme geworden sind. Und die Rechten müssen nur, um sich nicht weiter mit dem Ökonomischen auseinanderzusetzen, äh, auf diese Dinge abziehen. Und das können wir ja zum Beispiel auch in Deutschland gut erleben. Man könnte ja über so vieles diskutieren. Äh, zum Beispiel haben alle, äh, Menschen ein, oder sagen wir, ein großer Teil der Menschen hat ja ein Problem, äh, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und das wird aber nicht das große politische Thema, sondern man wartet eher darauf, ob man sich in irgendeinen Kulturkampf stürzen kann. Und Disney hat, glaube ich, jetzt, äh, ganz speziell zwei Dinge, die man beachten muss. Man hat wahnsinnig groß diese frühkindliche Prägung werden lassen, die durch Disney-Filme erfolgt. Das heißt, es gibt für die meisten Kinder Disney und wenig anderes. Gelesen wird immer weniger. Und es gibt ein hohes Identifikationspotenzial mit all den Figuren, was dann auch weitergeht über diese, äh, sage ich mal, Kinderfiguren hinaus, auf die ganze Marvel-Welt, auf, äh, Herr der Ringe und was da noch so alles dranhängt. Äh, das, äh, sorgt dafür, äh, dass, äh, Leute sich in irgendeiner Weise ihrer Identität beraubt fühlen. Und dann gibt es in, äh, äh, dem Disney-Konzern natürlich ein, äh, äh, universitär geprägtes, äh, pseudoprogressives Lager, äh, äh, das quasi aus dem Pro-Seminar kommt, da irgendwas, äh, halb verstanden hat und dies nun unbedingt in die Filme reinbringen will. Dass diese Leute aber nicht verstehen, dass sie da eigentlich Filme machen für ein Publikum, dass sich über diese Gedanken, die diese Leute sich vielleicht in ihrem Studium, äh, gemacht haben, nie Gedanken gemacht haben, das wird von denen nicht verkannt. Und also in gewisser Weise macht da Disney schon, äh, Filme mit dem Rücken zum Publikum. Äh, das ist, äh, etwas, was, äh, ganz amüsant ist, äh, denn natürlich interessiert die meisten Zuschauer, wenn sie einen Blockbuster sehen, einfach nur, knallt es Action und so weiter. Und die interessiert nicht nochmal die große Ansprache der Frauenfigur, dass Frauen sowas auch dürfen. Das ist, äh, ein Diskurs, das interessiert Leute, die die New York Times abonniert haben und, äh, Judith Butler unterm Kopfkissen vielleicht liegen haben. Aber das ist nicht das Publikum von Disney. Das heißt, äh, das ist etwas, wo die ein bisschen an ihrem eigenen Publikum vorbei delegiert, das Publikum auf die richtige Seite bringen wollen. Und da sträubt sich, äh, das Publikum in der Regel sehr vor. Und ich glaube auch nicht, dass das, ähm, wenn man das so offensiv tut, gelingen wird, dass es eine Verschiebung gibt dahin. Das ist ja völlig klar. Also es ist ja tatsächlich so, dass, äh, nun heute, wenn wir zum Beispiel heroische Frauenfiguren im Blockbuster-Kino sehen, äh, damit in der Regel, äh, niemand ein Problem hat. Äh, das wäre sicherlich vor 30, 40 Jahren in dieser Weise nicht denkbar gewesen. Aber ich glaube, dass, äh, man zum Beispiel so ein Film wie Eternals zeigt das sehr gut, dass man wirklich versucht, jetzt, äh, das alles noch reinzubringen. Und jetzt dekolonialisieren wir auch noch unseren Blick und bringen noch dies und das. Das ist, äh, an dem Publikum völlig vorbei. Und, äh, dieses Publikum sucht dann Antworten auf das, was da passiert und findet es dann bei den Rechten, die dann sagen, ja, die wollen euch ja eigentlich da und dorthin bringen. Und das ist aber auch ein Kampf, der ja weit über Disney hinausgeht. Wir haben ja eine ähnliche Debatte bei, äh, den ESG-konformen Investments, also den Investments, äh, an der Börse, die getätigt werden, inwieweit die ökologisch, sozial korrekt sind. Und da einigt man sich ja dann auf Kriterien oder verhandelt das immer wieder neu. Und inzwischen haben das aber die Republikaner für sich erkannt und führen jetzt einen erbitterten Kampf dagegen. Es werden Fonds aufgelegt, die dezidiert nicht ESG-konform sind. Also hat man auch über das Investment jetzt einen Kulturkampf entfacht. Und das ist etwas, was, äh, glaube ich, sich auch da nicht mehr so auflösen wird. Ich glaube allerdings, dass, äh, man da in, äh, anderen Ländern, äh, mit einer anderen Gelassenheit oder vielleicht sogar mit einem Desinteresse draufblickt. Das war ja auch immer mal wieder jetzt zu sehen, dass Hollywood Filme machte in dem Glauben, äh, China habe nur drauf gewartet. Und China sagte einfach, nö, wir haben ja unsere eigenen Blockbuster, brauchen wir gar nicht. Genau. Ähm, Filme entstehen selbstverständlich auch immer gerade in dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du dem gerade widersprochen hast, dass, ähm, Filme, die heute sehr eher auf Diversität und Progressivismus setzen, dass die schon, ähm, am Ende, ähm, dass die Absatzzahlen da schon steigen. Weil, ähm, zumindest aus, ähm, ähm, so wie, also, als ich mich damit beschäftigt hatte, wirkte es schon so, dass die meisten Filme besser laufen, wenn der Cast nun mal diverser ist, wenn man versucht, auch bestimmte Haltungen sozusagen zu repräsentieren mindestens. Ähm, natürlich, äh, sehr zweischneidiges Schwert, worüber wir schon vor einem Jahr gesprochen hatten, war da, ähm, äh, Black Panther zum Beispiel, der sehr erfolgreich war, gerade weil er eben diese Message transportiert hatte, ähm, schaut mal, wir haben jetzt hier, ähm, äh, ein sehr, äh, wir haben jetzt hier einen afroamerikanischen Cast vor allem und ein afroamerikanisches Produktionsteam dahinter und, äh, gerade damit beworben. Selbstverständlich ist das nicht divers in dem Sinne, aber es ist, ähm, aber ... Ich glaube, es ist ja gar nicht. Ich glaube ja, dass Black Panther trotzdem erfolgreich war, nicht deshalb. Also es wird eine Community geben, die sagt, und dann sehe ich mir diesen Film an oder sehe ihn mir sogar zweimal an. Und das ist ganz definitiv so. Aber dieser Film ist ja zum Beispiel in Deutschland auch immens erfolgreich, wo wir zum Beispiel, äh, äh, einen, äh, nur sehr geringen Anteil in der Bevölkerung haben von nicht weißen Personen. Und das waren jetzt nicht die Einzigen, die da im Kino waren. Und in dem Kinosaal, in dem ich saß, äh, war das natürlich ein überwiegend weißes Publikum, das dort gesessen hat. Das sitzt aber nicht in der Haltung dort. Endlich, äh, wird hier mal der Disney-Blick, äh, dekolonialisiert, sondern die sitzen da, weil die sagen, das ist ein spannender Film, der ist toll gemacht, ich mag den Hauptdarsteller. Oder hier ist es ja dann im zweiten Teil vor allem die Hauptdarstellerin. Das ist der Grund, warum der Film erfolgreich ist. Wenn das aber nicht eingelöst wird, also wenn der Film nicht gut ist oder diesem Massengeschmack nicht gefällt, wenn er nicht so konstruiert ist, wie man das erwartet, dann kann der noch so divers sein oder irgendetwas. Das wird nicht angenommen. Und das ist aber etwas, was Disney bisweilen und was auch andere Produktionen unterschätzen, ist, dass das Publikum sich nicht so sehr für diese Predigten interessiert, sondern diese Art der Action sehen will. Also ich glaube, es wird auch, zum Teil werden da auch Strommänner aufgebaut. Also dass man, äh, Bob Iger hat das, der Disney-Chef so unglaublich beschrieben, dann in so einem Brief an alle Mitarbeiter, was sie sich da gewagt haben mit Black Panther, dass sie das gemacht haben. Und wer hätte gedacht, meine Güte, wir sehen jetzt gerade den dritten Teil von Creed, einer nicht besonders guten Boxerreihe. Aber natürlich ist das Identifikationspotenzial mit diesem Boxer bei jungen Zuschauern heute ähnlich hoch wie damals mit Rocky. Und das sind natürlich jetzt nicht alles schwarze Zuschauer, die sich das ansehen, sondern natürlich alle, die sich irgendwie damit identifizieren können mit so einer Aufsteigergeschichte, sehen sich diesen Film an. Das heißt, das ist unabhängig davon. Und das ist an sich ein sehr gutes Zeichen, denn wir identifizieren uns laufend, wenn wir im Kino sind, mit Figuren, die nicht so sind wie wir. Also wir gehen ja vor allem ins Kino, um nicht nur bei uns zu bleiben. Eigentlich gehe ich ins Kino, um mich ein bisschen zu verlassen. Und dann finde ich dort Figuren, die ich interessant finde. Und das ist, glaube ich, die Entwicklung, die, die stattfindet. Und dann findet aber, wenn ein Film nicht besonders gut war, von den Rechten jetzt häufig das Argument statt, ja, das liegt daran, weil das divers besetzt ist oder so. Und das ist natürlich vollkommener Unsinn. Und diese Rechten, die sich da positionieren, wissen natürlich allzu gut, dass sie mit dieser ständigen Empörung, die sie produzieren, Leute auf ihre Seite bekommen, die auch ein Unbehagen haben, aber dies nicht so richtig artikulieren können. Da die Rechten aber nicht die eingehende Analyse lieben, sondern gerade es schätzen, auf dieser Oberfläche zu bleiben, denken wir an diese ganzen Diskussionen, die wir jetzt hatten da über Silvesterböllereien und was weiß ich. Es geht ja keinem darum, dieser Rechten zu analysieren, was wirklich vorgefallen ist, sondern es geht ja einfach nur darum, mit den paar Stereotypen zu operieren. Und das reicht ja. Deswegen hat das ja auch so eine demagogische Kraft. Und deswegen funktioniert das in einem algorithmischen Zeitalter so wahnsinnig gut. Und ich würde aber auch sagen, es funktioniert so gut, weil es zugleich so eine Gegenbewegung gibt. Und da habe ich jetzt eine Frage an dich. Ich erlebe dich ja da auf Twitter mitunter. Und du bist ja jemand, der zum Beispiel Julian Reichelt antwittert. Also ich würde ja zum Beispiel Julian Reichelt nicht antwittern, weil ich ja weiß, dass der ja nicht daran interessiert ist, irgendwas wirklich zu durchdringen, mir zu erklären oder ehrlich zu sein. Also wenn ich dich jetzt antwittern würde und dir eine Frage stelle zu irgendetwas, dann würde ich davon ausgehen, dass du mir eine Antwort gibst oder zumindest das Interesse daran hast, wahrhaftig zu antworten und dir es um die Sache geht. Aber das hat man ja bei Julian Reichelt nicht. Und da jetzt meine Frage, und du twitterst ja auch andere dieser Leute an, was bezweckst du damit? Es geht vor allem darum, sozusagen eine Haltung zu präsentieren. Die ist aber nicht für Julian Reichelt. Ich gehe nicht davon aus, dass er das sieht, sondern es geht darum, dass erstmal seine Fans das sehen, wenn sie in die Tweets unter seinem Tweet schauen, weil die antworten mir dann auch immer alle sehr rege. Da prasseln dann auch die Tweets nacheinander ein. Und gleichzeitig geht es auch darum, meine eigene Community sozusagen zu, die eigene politische Bewegung zu mobilisieren, auch zu bilden in einer Form. Wie greife ich sowas an? Weil das, worauf ich achte, ist, manchmal ist es halt auch wirklich einfach nur eine gewisse Satire, ein gewisses, man versucht, die Heuchelei herauszustellen und man versucht, die Fehlerhaftigkeit bei einem Julian Reichelt herauszustellen. Aber meistens versuche ich zu widerlegen, was dort fabriziert wurde in möglichst kurzer Zeit. Und das ist das Interessante bei Twitter, dass es einen darauf trainiert, möglichst stichfest zu antworten und das beste Rebuttal, sag ich mal, zu haben gegen diese Fake News, die da verbreitet werden. Und da geht es mir darum, beispielsweise du siehst das, genauso sehen das andere Menschen, die mir folgen, dass die das mitnehmen, daraus eventuell was lernen und dann, wenn sie dann am Stammtisch mitdiskutieren oder am Essenstisch mit der Familie und da wieder der rassistische Onkel seine Sachen loslässt, dass man dann dem Ganzen eine Parade bieten kann. Und es geht auch um Präsenz zeigen, dass wenn jemand antwortet, dann ist eben auch klar, oh, es gibt auch eine Gegenbewegung. Und wenn ich auf der Seite von Julian Reichelt bin, dann werde ich auch Widerstand erfahren. Und das sorgt schon dafür, dass solche Menschen dann vorsichtiger werden. Julian Reichelt habe ich dann meine Zeug schon, ob der vorsichtiger geworden ist. Nein, Julian Reichelt nicht. Es geht vor allem um seine Fans und es geht um die Menschen in meiner eigenen Bewegung. Es geht auch vor allem um marginalisierte Gruppen zum Beispiel, um Menschen, die unter seinen Aussagen direkt leiden könnten, dass die wissen, ich habe auch Menschen, die setzen sich für mich ein. Das ist für viele Menschen, die marginalisiert sind, weil sie zum Beispiel zur LGBTQ-Community gehören oder weil sie einen Migrationshintergrund haben, ist das sehr stärkend. Weil natürlich das, was sie am meisten runterzieht, ist dieses Gefühl, ich bin alleine, niemand setzt sich für mich ein. Und zugleich wird ja damit die Reichweite von Reichelt und Co. extrem erhöht. Man kann das ja bei einigen Profilen nachvollziehen. Zum Beispiel Rolf Poschert ist ein Journalist, der als Kunstkritiker sich ein bisschen umgetan hat. Dann hat er irgendwann die Venetivier Deutschland herausgegeben und ist damit ziemlich gescheitert. Vielleicht war es auch keine gute Idee in der ersten Ausgabe eine Fotostrecke mit Til Schweiger oberkörperfrei im Kornfeld zu machen. Lassen wir das mal dahingestellt. Aber das war jemand, der dann bei der Welt aufstieg und zwar dieses Weltpublikum hatte. Aber außerhalb der Welt hat sich ja kein Mensch für Ulf Poschert interessiert. Und inzwischen aber sehe ich, der Ulf Poschert nicht folgt und der auch sonst keinen reichweitenstarken Profilen aus seinem Umfeld folgt, also keine Befürworter von Poschert in der Timeline eigentlich haben dürfte, sehe ich jeden Tag Tweets von Poschert, von Reichelt und von all diesen anderen. Ich würde sogar so weit gehen, ich sehe mehr Reichelt und Poschert in meiner Twitter Timeline als linke Ökonomen, denen ich aber tatsächlich folge und deren Artikel ich lese. Das heißt, was ja dadurch stattfindet ist, dass die eine Relevanz bekommen durch den Widerspruch, der ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Und das ist das große Problem bei den sozialen Medien und ich glaube aber auch generell an diesen Erregungsdiskursen, die wir haben, die sicherlich sehr stark auch von linksliberaler Seite angeschoben werden, dass wir dadurch kaum noch Raum haben für richtige Inhalte, mit denen man sich auseinandersetzen kann, weil man sich immer abarbeitet an den anderen. Also mich, ich meine, das System Reichelt ist ja sehr schnell durchschaut, dafür braucht man denke ich so 20 Minuten und dann ist das ja eigentlich abgeschlossen, das Phänomen. Aber trotzdem gibt es eine unglaubliche tagtägliche Auseinandersetzung damit, so wie man das erleben konnte bei der Pandemie, dass wirklich jeder Einzelne, der jemals auf der Straße gegen Corona protestiert hat, auch noch ein Fernsehinterview gegeben hat. Also es musste jeder noch mal gefilmt, interviewt werden und damit man widersprechen kann. Und dadurch hat man das natürlich derart aufgeblasen, wo man einfach sagen würde, ja, es wurde groß gemacht, war aber eigentlich viel, viel kleiner. Und diese Gefahr sehe ich sehr stark in den sozialen Medien gerade und auch im Diskurs, dass ich auch jetzt, wenn ich irgendwo am Abend noch nach Vorträgen mit Leuten sitze, die mir plötzlich irgendwas davon erzählen, was Ulf Poschert am Tag getweetet hat. Und ich kriege Ulf Poschert, das würde nicht auf die Idee kommen, einen Text von dem zu lesen. Zumindest in den letzten 15 Jahren bin ich auf die Idee nicht gekommen. Ja, das, also wenn ich Twitter morgen abschalten könnte, ich würde es direkt tun. Genauso wie viele andere soziale Medien, weil diese definitiv für den demokratischen Diskurs absolut fatal sind. Aber die sind, nein, 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 das würde ich ja gar nicht sagen. Ich glaube einfach, wir machen das falsch mit Twitter. Ich finde Twitter, gut, ich hätte das jetzt nicht gebraucht, dass Elon Musk das übernimmt, aber ich finde Twitter an sich gut. Ich habe über Twitter, bevor das jetzt alles so völlig würde, habe ich über Twitter fast alle Quellen zu wichtigen ökonomischen Artikeln bekommen. Ich habe da die Links gehabt, die ich nur anklicken brauchte. Das war für mich ein wichtiger Zusatz zur klassischen Zeitungslektüre. Das geht verloren, auf jeden Fall. Aber ich würde schon sagen, dass Twitter an sich eine gute Plattform ist. Nur wird es immer schwieriger, selbst wenn man sehr genau auswählt, wem man folgt, dass man nicht die ganze Zeit diesen anderen Wust sieht, weil es zum einen natürlich angezeigt wird und man sich das sponsern lassen kann, aber auch weil die, denen man folgt, plötzlich nur noch damit beschäftigt sind, zu gucken, was machen eigentlich, wie heißt der andere, Jan Fleischhauer oder so. Ja, das ist eben genau das Problem. Selbstverständlich die Alternative wäre, man strukturiert Twitter um, dass gerade der vernünftige Diskurs gefördert wird und der die ewigen Streitereien und die Polarisierung, dass diese unterbunden werden. Weil aktuell ist es meiner Ansicht nach genau umgekehrt. Und das ist ja auch das Interessante, was du schon angesprochen hattest, beim Film, wie Alternativen aussehen könnten, auch in Bezug auf, anstatt, dass wir nur Diversität zeigen, wie sieht denn eigentlich, wie sehen denn eigentlich alternative Eigentumsverhältnisse aus, weil die einfach gar nicht gezeigt werden. Und das ist das Spannende. Ja, die Frage, die ich mich da immer stelle, würden sich Menschen das anschauen? Würden sich Menschen einen utopischen Film anschauen, in dem eine Gesellschaft gezeigt wird, wo vieles besser funktioniert, die ohne diese Konflikte auskommt und die Probleme, weil selbstverständlich erst, wenn Probleme dargestellt werden, dann schauen wir am liebsten hin. Dann, dann, ich habe das auch selber gemerkt, als der Ukraine-Krieg losging. Damals hatte ich noch 70, 80 Zuschauerinnen und Zuschauer regelmäßig auf meinem Stream. Und plötzlich waren es dann 300, als es losging, weil alle wollten zu Twitch und viele, die mir gefolgt sind, die haben mich dann natürlich angeklickt, um zu sehen, ja, was ist denn eigentlich los? Und mit Twitter ist es halt, ist es das Gleiche. Es gibt theoretisch gesehen Alternativen. Es gibt beispielsweise Mastodon, was, ja, jemand schön programmiert hat, was eine Art demokratische Alternative irgendwo auch ist. Aber da zieht es die Leute nicht hin. Und Twitter sehe ich aktuell wie so ein, wie so ein Schlachtfeld, in das man sich leider reinbegeben muss, wenn man versuchen muss, wenn man, wenn man in der Politik ist. Und man muss versuchen, dort das Beste rauszuholen. Es ist halt einfach ein Kampf. Weil auch, wenn Julian, wenn ich Julian Reichelt Reichweite gebe, gibt er mir auch auf irgendeine Art und Weise dadurch Reichweite. Und das kenne ich auch von dieser ganzen Content-Creator-Geschichte hier auf YouTube. Es gibt Menschen, die sorgen dafür, dass andere, indem sie ein kritisches Video produzieren, dann Reichweite generieren. Und sonst würden diese Menschen diese Reichweite gar nicht bekommen. Und das ist sozusagen das Spannende dann bei den sozialen Medien. Man schreibt ja mittlerweile Bücher und guckt, ob man irgendwo Hass bekommt. Man postet ja auch nochmal. Das finde ich wirklich ein bisschen sehr degutant. Es gibt sehr viele, ich muss immer sagen, es sind wirklich linksliberale. Es gibt ganz viele linksliberale, die immer Hass-Mails und Kommentare posten, die sie erreichen. Und sie wollen sich damit besonders heldenhaft darstellen. Und das finde ich ein bisschen, so muss das auch noch sein. Also muss man sich jetzt auch noch da, da ist man ja auch eigentlich der Gentleman, der genießt und schweigt. Und ich würde das niemals machen. Das wäre für mich ein bisschen jetzt Fishing for Compliments, damit dann alle wieder drunter schreibe, oh wie schlimm und du bist doch eigentlich der Tollste und so. Das finde ich ein bisschen, vielleicht dann doch lieber mal auf eine Datingseite oder so gehen, wenn man ein paar Komplimente will. Also das finde ich ein bisschen sehr geschmacklos. Aber das ist ein Riesentrend und man kann sich dann mit allen anderen permanent im Kreis drehen. Und ich sehe das wirklich sehr stark von außen und wundere mich, weil ich auch einfach sagen würde, ich brauche kein Mastodon, ist mir auch alles zu kompliziert, sondern mir würde eigentlich Twitter mit vernünftigen Leuten reichen. Und das ist etwas, was tatsächlich nicht so eingelöst wird, weil man die ganze Zeit glaubt, man müsste in diesen selben Kanal, nur weil man auf dieser Plattform ist, müsste man auch genau das machen, was dort oben in den Trends ist. Und das ist so unsinnig. Das wäre so, wenn ich in eine Buchhandlung reingehe und mir nur angucken würde, die zehn Bücher, die in der Bestsellerliste sind. Sondern es geht doch eigentlich darum zu erkennen, was für Bücher man stattdessen erwerben kann. Und ja, um auf deine Frage zu kommen, mit den Utopien wollen Leute das sehen. Was man wohl festhalten kann, ist, dass die großen Utopien, die geschrieben wurden, ob das jetzt Neu Atlantis von Bacon ist oder Utopia von Moros oder der Sonnenstadt von Campanella, dann darf man festhalten, das sind nicht so die spannendsten Texte. Die sind ideengeschichtlich interessant, aber sie sind nicht so erzählt, dass man sagt, das ist packend. Deshalb glaube ich, dass die Utopie im Film erzählt, nicht so recht funktionieren kann. Aber die Kritik der herrschenden Verhältnisse kann ja sehr wohl funktionieren. Und das ist schon eine Veränderung, die stattgefunden hat. Nämlich, wir hatten ja ein immens politisches Hollywood, als man noch nicht diese kulturalistischen Debatten führte. Nämlich nach der Finanzkrise 2008. Da gab es Filme wie Margin Call, Killing Them Softly, The Wolf of Wall Street, The Big Short, viele weitere, 99 Homes. Es gab sehr, sehr viele Filme damals, die sich mit dem auseinandersetzten, was da passierte. Nämlich mit einem Kapitalismus, der vor allem ein Finanzmarktkapitalismus ist. Man beschäftigte sich mit der Arbeiterklasse, mit Anlegern, erklärte sogar Mechanismen an der Börse. Und diese, man muss es so sagen, kapitalismuskritischen Filme aus Hollywood verschwanden dann zugunsten dieser Filme, über die wir jetzt heute alle reden, die die Identitätspolitik ganz oben stehen haben. Aber für mich ist das jedenfalls ein Beweis, dass man durchaus erfolgreich sein kann und dass es ein Publikum interessiert, wenn man andere kritische, die Eigentumsverhältnisse hinterfragende Filme dreht. Ich würde dir auch sozusagen mal den, die Behauptung in den Raum stellen, dass beispielsweise das, was du machst oder ursprünglich, womit du ursprünglich angefangen hattest auf YouTube, die Filmanalyse, dass das auch eine Art, ja, eine Art Konflikt ist, den du sozusagen dadurch provozierst. Du greifst den Film in Anführungszeichen an. Du greifst damit auch eine gewisse Identität an. Und teilweise sind ja auch deine Videoüberschriften plakativ. Und genau das, da würde ich sagen, dass das der gleichen Logik in vielerlei Hinsicht folgt. Man versucht sozusagen die Aufmerksamkeit der, ja, Surferinnen und Surfer da im Netz zu gewinnen, die darüber scrollen und merken, oh, okay, das ist interessant. Da sagt jemand, der und der Marvel-Film ist der schlimmste Film aller Zeiten. Okay, da klicke ich mal rein. Man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung drauf. Und teilweise gehst du ja auch sehr stark mit den Filmen ins Gericht. Und genau das ist es eben, würde ich behaupten, was viele gerne sehen möchten. Das ist definitiv so. Und dagegen ist auch nicht zu sagen, gegen Polemik. Nur sehen wir bei Twitter leider nicht, dass jemand was Polemisches formuliert. Und dann kommt die interessante Analyse des Phänomens. Sondern wir sehen in der Regel, dass dort Leute drei Worte drüber schreiben. Und das war es dann. Und zwar zu Dingen, die ohnehin klar sind. Ich muss nicht nochmal erklärt bekommen, dass die CDU die CDU ist. Das ist so ein bisschen, und ich meine, da gibt es ja so einige Twitter-Prominente, bei denen man sagt, da ist ja nicht ein einziger origineller Gedanke je dabei. Also weiß ich nicht, Marie von den Bänken oder wie die heißt. Das ist ja zum Haare raufen. Das ist ja so schlimm, dass ich schon mit der Gegenseite sympathisiere. Dass ich sage, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht ist Julian Reichelt doch nicht so schlimm. So stumpf ist das. Und das ist, glaube ich, das, was mich so unglaublich aufregt. Diese unglaubliche Schlichtheit der Gedanken bei Twitter. Das ist ja so das Problem, was du auch sagtest mit, ja, irgendwann hat man ja Julian Reichelt auch abgearbeitet. Das Problem ist nun mal das, wie ich es erlebe. Es ist, die Fakten und die Argumente reichen leider nicht aus im politischen Kampf, sage ich mal. Also wenn das so wäre, dann hätten wir garantiert gar keine Probleme mehr auf der Welt. Dann würden alle Menschen, weil alle Menschen haben garantiert schon im deutschen Diskurs viele überzeugende Argumente gehört und müssten eigentlich dann von sämtlichen sozialen und demokratischen, ökologischen Lösungen überzeugt sein. Aber das sind sie leider nicht. Und das hat natürlich dann auch sehr viel mit verschwörungsideologischen Tendenzen zu tun, mit Misstrauen gegenüber der Regierung, mit einem sehr konservativen Denken im Sinne von, wir haben hier eine gewisse Ordnung zu wahren. Die Fakten und die angestrebten oder die vorgeschlagenen Lösungen, die sind eigentlich egal oder wir müssen zurück, weil die Probleme sind erst dadurch entstanden, dass sich was verändert hat. Und diese Menschen, leider habe ich da immer das Gefühl, okay, die überzeuge ich eher dadurch, indem ich mit Stärke auftrete, anstatt dass ich mit dem starken Argument auftrete. Das mag sein, dass das Argument nicht immer auf Gehör stößt. Das ist definitiv so. Aber haben wir es zum Beispiel bei diesen Phänomenen wie Reichelt und Co. wirklich mit Leuten zu tun, die besonders staatstreu dort auftreten? Sondern das sind ja gerade Leute, die es schaffen, eine Kritik am Staate für sich zu vereinnahmen und damit Leute auf sich zu vereinigen. Es war sicherlich ein Problem, dass es von linker Seite aus so gut wie keine Kritik an gewissen Corona-Maßnahmen gab. Ich muss dazu sagen, für die Leute, die mich nicht kennen, ich war der vorsichtigste Corona-Bürger und habe dann erst nach der zweiten Impfung losgelassen und habe mich vorher, weil ich es auch konnte, mich sehr, sehr zurückgezogen. Aber es war dann schon ein Problem, wenn ich nach der dritten Impfung ein Tweet absetze, dass ich keine Lust mehr habe, in der Oper Maske zu tragen, dass mir dann Linksliberale vorwerfen, ich würde menschenfeindliche Äußerungen tätigen und eigentlich sei ich ja ein Corona-Leugner und was weiß ich, wo man einfach sagen muss, nee, ich sitze halt in der Oper zwischen 80-Jährigen und die haben alle keine Maske auf. Die haben auch keine Angst vor Corona. Wir haben lange Zeit versprochen, mit der Impfung kommen die Lockerungen, die kamen dann aber nicht. Und immer wieder hat man neue Ausreden gefunden. Und jetzt wird ja so ein bisschen mal Corona aufgearbeitet. Jeder Auftritt von Karl Lauterbach ist ja wirklich auch ein Trauerspiel. Aber da diese Kritik geradezu unterbunden wurde und man groß aufpassen musste, dass man nicht in irgendein Querdenkerlager kommt, hat man natürlich damit Leuten wie Reichelt unglaublich viel Spielraum gegeben, jetzt Leute für sich zu sammeln. Ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Ich steige hier in Koblenz in ein Taxi ein. Da sagt die Taxifahrerin, ja, Inflation, wie schlimm das alles ist. Sie hätte eben noch so eine interessante Reportage im Fernsehen gesehen und dann beschrieb sie die. Und ich hatte bei Twitter mal wieder kurz zuvor angezeigt bekommen, was das für eine Reportage ist. Nämlich hatte Julian Reichelt eine über Inflation gemacht und hat dann mit einem Bäcker gesprochen und so weiter. Und diese Taxifahrerin sah die Reportage und fand sich endlich mal aufgehoben und verstanden. Das ist auch ein Problem, wenn man zum Beispiel Proteste alle desavouiert und eigentlich den Leuten sagt, nee, jetzt aber mal schön solidarisch sein. Bleib du mal schön arm, heißt das ja mit anderen Worten. Da sieht man, dass wenn es einfach kein, wenn diese Leute alle nicht mehr gehört werden, dass natürlich Julian Reichelt und Co. es wahnsinnig leicht haben. Und das hat man bei Corona schon angefangen und das wiederholt man jetzt gerade wieder. Und das ist sehr, sehr erstaunlich. Und das würde ich auch nochmal unterstreichen wollen. Die Leute sind nicht alle so doof und die haben auch noch in Erinnerung, was so vor zwei Jahren gesagt wurde, was von einem Jahr gesagt wurde. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, wenn man gerade jetzt sich mit denen über die Reichelt herfällt. Und das tut er oft in schmutziger Weise und das finde ich auch nichts, was ich unterstützen würde. Aber die Feinde von Reichelt sind nicht gleichzeitig meine Freunde, will ich damit sagen. Da sind auch sehr viele dabei, die skrupellos den Mainstream-Diskurs vertreten aus reinem Opportunismus und die nicht in irgendeiner Weise eine soziale Ader oder sonst was haben. Und das ist bei Corona sehr, sehr deutlich geworden. Und dadurch hat man auch den Meinungskorridor sehr eng gemacht. Und das ist ja auch das, was Umfragen bestätigen. Das ist nicht nur, was Wälzer und Precht oder so sagen, sondern das zeigt sich in Umfragen. Und das ist auch berechtigt, wenn man das dann mal zum Beispiel im Ländervergleich sieht. Ich war zum Beispiel während der Phase dann nach der Impfung sehr häufig in der Schweiz eingeladen für Vorträge. Ein völlig anderes Corona-Management. Soll ich jetzt den Schweizern sagen, ihr seid die Idioten, wir sind die, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben? Wenn man dann plötzlich mal die andere Perspektive einnimmt, dann relativiert sich sehr viel, was wir hier tun. Im Übrigen überhaupt, wenn man in andere europäische Länder guckt. Und das ist etwas, was aber die ganze Zeit wie untersagt wurde. Und wenn es einer tat, dann musste er sich dem Gespött bei Twitter aussetzen. Von Daniel Kehlmann über Richard David Precht bis sonst wie. Das sind alles Leute, die ich nicht besonders toll finde, die ich jetzt hier auch nicht verteidigen möchte in dem Sinne. Aber es ist schon erstaunlich, denn angezeigt wird eigentlich, wer sich jetzt heraustraut und eine andere Position einnimmt, der kriegt die volle Breitseite mit. Und das haben ja sogar die Virologen erlebt. Das haben Streeck erlebt. Das waren nicht alles Virologen, sondern generell die Corona-Experten. Streeck, Kekulé. Selbst nachher hat man ja schon nicht mehr Drosten hören wollen, weil Drosten für Lockerungen war, während ein linksliberales Publikum gerne noch an der Maske hängen blieb. Es war schon eine sehr, sehr absurde Zeit. Und wenn man das gar nicht aufarbeitet, dann sieht man plötzlich, dass natürlich ein Publikum für Reichelt und Co. immer größer wird. Das sehe ich insofern anders, weil ich glaube, wir als Linke machen sehr häufig den Fehler, dass wir, also es gibt dann auch immer ganz gern die Idee, okay, der, also Julian Reichelt, der macht keine, der ist nicht auf der Seite des Staates in dem Sinne. Das stimmt absolut. Aber das, was er macht, ist Verschwörungsideologien verbreiten. Es geht in letzter Zeit immer häufiger bei ihm um die Globalisten, um deren Einfluss über die Medien, um die Verbreitung der Transideologie und wie das dann alles genannt wird. Und das ist nun mal etwas, was noch, was immer schon in der Menschheitsgeschichte sehr, sehr, sehr interessant war, um Probleme in der Gesellschaft zu erklären. Heute schönerweise eigentlich weniger als jemals zuvor. Aber wenn dann Menschen in einem Dorf gelebt haben und dann ist plötzlich die Ernte schlecht gewesen, ja gut, dann muss halt irgendwie eine Hexe am Werk gewesen sein. Und genauso findet das immer noch heute statt, dass wenn dann ein, dass wenn wir in einer Pandemie plötzlich aufwachen, dass die Menschen dann Sicherheit brauchen. Und gerade so ein Virus ist ein riesen Unsicherheitsfaktor. Ich weiß nicht, was es ist. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich bin auf Autoritäten angewiesen, die mir das erklären, die mir das sichtbar machen. Und wenn ich, wenn mir das dann nicht reicht, wenn ich das trotzdem nicht fassen kann, dann hilft einem die Narrative, dass es da irgendwie doch eine Verschwörung geben könnte, die das Ganze angeleiert hat, die dafür verantwortlich ist, die ich besiegen kann, um das Problem zu lösen. Und damit gewinnt ein Julian Reichelt meiner Meinung nach viele Menschen, weil er ihnen eben diese Sicherheit gibt, dieses Feindbild, gegen das man gehen kann, die, wodurch sich die Probleme erklären lassen. Und wenn dieses Feindbild besiegt ist, wenn diese Verschwörung besiegt ist, dann ordnet sich der Rest wieder von selbst. Und das ist eine Perspektive. Ich glaube, weil mir selber fiel es schwer, mich da hinein zu versetzen, weil ich auch immer früher dachte, ich erkläre dem Rechten, der an die große Verschwörung glaubt, einfach nur, Moment mal, da gibt es die Menschen, denen gehören die größten Konzerne. Guck mal, was die für eine Lobbyarbeit leisten. Guck mal, wie die Sozialabbau betreiben, wie die über verschiedene Thinktanks auch Einfluss auf die Medien nehmen. Ich nehme dann auch oder habe deine Filmkritik zu Rate dazu hinzugezogen. Guck mal, wie auch Ideologie über Filme transportiert wird und so weiter. Und trotzdem wollten diese Menschen das nicht hören, weil am Ende ist es für sie, der Kapitalismus ist für sie die natürliche Ordnung, die ist für sie gesetzt. Das würde aber alles toll funktionieren, wenn da nicht diese Verschwörung von außen kommt. Und das ist sozusagen, und deshalb gewinnt man diese Menschen leider nicht. Einfach indem man ihnen zeigt, okay, du glaubst an eine Verschwörung. Es gibt tatsächlich eine Verschwörung. Guck dir das mal an. Man muss leider, und das ist der Eindruck, den ich habe, weil das Schöne ist, Verschwörungsideologie ist trotzdem so schwach wie noch nie zuvor in der Gesellschaft. Vielleicht geht es ab und zu mal rauf, vielleicht geht es ab und zu mal wieder ein bisschen runter. Aber im Mittelalter war das alles viel schlimmer zum Beispiel. Da war dieses, dieses Denken war einfach gesetzt praktisch. Und erst mit der Aufklärung kam immer mehr auch eine Alternative dazu, um sich eben die Welt zu erklären. Und das, meine Methode ist da eher, die Menschen, die vernunftbegabt sind, zu mobilisieren, sie zu aktivieren, ihnen zu zeigen. Da gibt es Menschen, die glauben wirklich an gefährliche Dinge. Die haben, die leiten davon gefährliche Ideen ab, die, wie wir gerade in Deutschland wissen, wegen der Nazi-Zeit sehr eskalieren können. Und dagegen müssen wir was tun. Nicht im Sinne von, dass wir gegen diese Menschen gehen, aber dass wir eine Haltung zeigen, dass wir bereit sind und dass wir den marginalisierten Gruppen vor allem in unserer Mitte sagen, wir sind auf eurer Seite, wir beschützen euch. Was dann hoffentlich, ähm, verschwörungsideologisches Denken oder Menschen mit so einem Denken demotiviert zu handeln. Weil das ist mir besonders wichtig, dass diese Vernunftbegabten von ihrer Vernunft Gebrauch machen dürfen. Und wenn wir dann einen Diskurs haben, der Widerspruch sehr hart ahndet, wo Leute es besser wissen, ohne es wirklich besser zu wissen, und dann mit aller Diskursmacht sich dagegen stellen, dann ist das klar, dass das Reichelt ein Publikum zutreibt oder dass sich zumindest viele abwenden vom Diskurs. Die werden ja nicht alle gleich Verschwörungstheoretiker. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass man doch feststellen konnte, dass unsere beiden Gesundheitsminister Spahn und Lauterbach, vornehm ausgedrückt, sich das eine oder andere Mal in ihrer Argumentation widersprochen haben. Das könnte man ja zum Beispiel mal aufgezeigt haben von unseren ganzen Faktencheckern, die wir so unterwegs haben. Das fand aber ganz, ganz selten überhaupt mal statt. Inzwischen macht man mal so ein bisschen Aufarbeitung, wenn man gerade nicht über den Krieg diskutiert, kann man nochmal Lauterbach einladen. Aber sonst passiert da nicht viel. Wir hatten, ich bringe dieses Beispiel immer sehr gern, AstraZeneca als Impfstoff. Da gab es von Kekulé die Aussage, dass das ein Impfstoff zweiter Klasse ist. Und später relativierte er nochmal und sagte, ja, es ist ein guter Impfstoff, aber moderner und BioNTech ist ein sehr guter. Als ich das reproduzierte bei Twitter, wurde ich harsch angegriffen. Im Podcast sagte ich, es wurde harsch angegriffen. Unmöglich. Dann mussten so Bekenntnisse gemacht werden wie, das ist ein sehr guter Impfstoff. Musste in allen Talkshows, hat jeder Politiker das mindestens und jeder Journalist einmal gesagt. Drei, vier Monate später wurde dieser Impfstoff, weil er so wahnsinnig gut war, gar nicht mehr verimpft. Das kann man ja mal aufarbeiten. Genau. Und das passiert aber nicht. Ich wache hier mal eine kleine Prognose. Genauso wird das mit dem Satz enden, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das wird wahrscheinlich so sein, dass wir über diesen Satz hoffentlich dann nochmal nachdenken und müssen dann sehr viel relativieren. Auch wenn der Wunsch der Vater des Gedanken sein mag. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr stark vorfinden in unserer Gesellschaft, dass wir eine Absolutheit formuliert haben, die dann mit der Wirklichkeit oft nicht mehr zusammenpasst. Statt aber das dann zuzugeben und zu relativieren und zu sagen, die Lage ist auch komplexer als ein Satz. Geht man einfach darüber hinweg und fängt mit dem Nächsten an. Und das ist etwas, was Leute sich, glaube ich, schon merken. Das führt die dann noch nicht direkt in die Verschwörungstheorie, aber es lässt sie zu Recht zweifeln an dem, was sie die ganze Zeit hören. Und wir haben das auch gehabt bei der Debatte um die Panzer, wo immer das Bild gezeigt wurde von Deutschland, das zögert. Und am Ende stellt sich heraus, nee, das war gar nicht so. Aber es ist dann auch jetzt vergessen und jetzt gehen wir zum Nächsten über. Und ich habe es mal in einem Artikel für den Freitag vor der Pandemie, war das noch, glaube ich, geschrieben oder es war im Jahr 2020, da habe ich geschrieben, in dem politischen Journalismus in Deutschland ist jeder Tag wie in täglich grüßt das Murmeltier. Jeder Tag beginnt aufs Neue und ist geschichtslos und man erinnert sich nicht mehr an das, was gestern und vorgestern war. Und das haben wir ganz stark. Und um auf dieses filmische Thema zu kommen, man könnte ja mal eingestehen, dass es offenbar Leute gibt, die mit Filmen ganz klar eine gewisse Identitätspolitik verfolgen. Jetzt kann man auch sagen, dass das ja an sich gut ist. Aber man kann nicht so tun, als sei das nicht da. Und das findet dann auch zum Teil wieder statt, dass man einfach so sagt, naja, das ist alles eingewildert. Nein, natürlich verändern sich die Filme schon. Und das wird aber gar nicht immer in dieser Art offen kommuniziert. Und man kann ja auch mal über gewisse gesellschaftliche Wandlungen sprechen, die sich schneller oder langsamer vollziehen. Denn wir haben momentan noch sehr stark die Tendenz, Errungenschaften, die da sind, klein zu machen. Also zum Beispiel die ganze Zeit so zu tun, als wäre diese Gesellschaft nur wahnsinnig intolerant und sonst etwas. Also wenn wir zum Beispiel mal daran denken, dass Homosexuelle noch vor ein paar Jahrzehnten eingesperrt wurden, dass es unter Strafe stand, dass es ganz viele Repressionen gab und wir an einem Punkt angelangt sind, wo Homosexuelle heiraten können und auch Möglichkeiten der Adoption haben und eine fast Gleichstellung mit Heterosexuellen haben. Da wird es noch kleine Punkte geben, bin ich jetzt nicht unterrichtet. Aber das ist ein enormer Fortschritt. Und das muss man auch als solches einmal zur Kenntnis nehmen. Und dass das auch nicht mehr ein Thema unbedingt ist. Nur wenn man das jetzt wieder findet als großes kulturalistisches Thema, als identitätspolitisches Thema, dann ist das sicherlich auch immer deshalb, weil es Linke so wenig schaffen, andere Themen auch mal stark zu machen. Und das ist genau eben, das ist wieder ein, naja, ich würde sagen, ich sehe das durch die Linse der Aufmerksamkeitsökonomie, weil beispielsweise du hast eben deine Kritiken geäußert gegenüber der Corona, den Corona-Maßnahmen zum Beispiel. Und es ist, naja, wirst du da, wie schaffst du es dann, deine Meinung zu multiplizieren, sie zu verbreiten. Du kannst das über eventuell deinen Podcast die neuen Zwanziger machen. Du kannst eventuell in diversen Talkshow-Runden machen, in die du eingeladen wirst und so weiter und so fort. Ich bin nicht eingeladen, aber ich gehe auch nicht in die normalen politischen Talkshows. Genau, das ist es ja gerade. Du wirst dorthin nicht eingeladen. Und am Ende ist es halt eben die Frage, so wer, wie sind denn die Machtverhältnisse in den Medien verteilt? Auf der einen Seite, okay, ich habe hier einen Twitch-Stream, du hast deinen YouTube-Kanal, du erreichst ein paar Menschen. Aber am Ende ist eben die Frage, okay, wer hat eben das größte Megafon? Und das Problem ist zum Beispiel, klar, wenn ich könnte, würde ich am liebsten zu Millionen von Menschen einfach ganz stumpf und möglichst wenig plakativ politische Bildung nach außen tragen wollen. Das würde ich am liebsten machen. Aber dadurch, dass Linke in der Regel keinen Fernsehkonzern kontrollieren oder irgendeinen anderen großen Medienkonzern kontrollieren, mit dem sie Millionen von Menschen mal eben so erreichen könnten, bin ich darauf angewiesen, sozusagen in die Kämpfe zu gehen und dann darüber über die Aufmerksamkeitsökonomie versuchen, dann Menschen zu erreichen, die mich vorher nicht kannten, weil sie eben ihre Augäpfel auf diese kleinen Kämpfe richten. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist auch im Prinzip eine Strategie, die absolut legitim ist. Ich glaube nur, dass man nochmal andere Punkte selbst setzen könnte, die eine Aufmerksamkeit produzieren, ohne die Reaktion auf das, was gegeben ist. Weil das Problem ist, man ist sehr stark im Reaktionsmodus. Das heißt, die geben den Ton an und man reagiert darauf. Das ist so, einer schreibt ein Lied und dann gibt es ein Original und dann singen das noch zehn nach, covern es. Und das hat so ein bisschen was davon. Und ich glaube, dass es schon auch linke Inhalte gibt, die dezidiert als linke Inhalte funktionieren, ohne dass sie sich von rechts nochmal erst eine Watschen holen müssen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen ist, was mich stört. Also, dass die Linken so stark in so einer defensiven Position sind. Und das sieht man dann aber auch bei Talkshows oder so. Oder manchmal werde ich auch zu Dingen angefragt, wo ich da nicht hingehe. Und das ist oft sehr stark dadurch, dass irgendetwas von konservativer oder rechter Seite vorgelegt wird. Und dann sagt man, ach ja, da könnte man mal drüber reden. Und sofort versammelt sich da wieder alles. Aber die haben auch die Möglichkeiten. Ich habe übrigens mal eine Anfrage, zu BILD-TV zu kommen, die sehr vehement war. Und ich habe dann abgelehnt mit dem Argument, ich habe keine Zeit. Daraufhin bekam ich dann eine E-Mail mit ganz vielen Terminvorsteigen, wann ich denn Zeit hätte. Und dann habe ich gesagt, dass das nicht so mein Format ist. Das war diese Abends, diese Sendung da, die ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt bei BILD-TV, wo die dann so zu viert da stehen und jeder so formuliert. Ich meine, die gibt es noch. Und da wäre ich bestimmt gut angekommen. Nein, ich mache sowas natürlich nicht mit, weil man würde das natürlich dann damit sehr adeln. Und das möchte ich ja nicht. Ja, genau, absolut. Also ich habe auch mal mit Maurice Höfken mich zwischendurch unterhalten und hat mir auch ungefähr die gleiche Geschichte erzählt, dass er auch von BILD-TV erst mal eingeladen ist. Ich glaube, der ist sogar später dann doch dort aufgetreten und hat das auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Aber das ist es eben. Also wir haben nicht den linken großen Medienkonzern. Wir, die Rechten können nun mal ihre Talking Points setzen, weil sie nun mal eben dafür, ich sage mal, marxistisch die Produktionsmittel haben. Ähnlich ist es eben mit einem Julian Reichelt. Der hat seine Finanziers, die ihn pushen. Und darüber hat er auch eine gewisse Infrastruktur. Er kann Werbung machen und er kann dadurch seine Aufmerksamkeit erhöhen. Und selbstverständlich bedient er auch permanent den Konflikt, die Auseinandersetzung, wo Menschen wieder hinschauen. Und das, was uns dann bleibt, ist sein Material zu nehmen und das dann wieder auseinander zu rupfen für sozusagen die Aufmerksamkeit. Und das ist eben das Schwierige, weil es gibt, wenn man sucht bei YouTube, dann findet man ganz viele tolle linke Kanäle, die ganz toll linke Theorie und linke Bildungsinhalte aufbereiten und die darstellen. Aber die erreichen einfach leider niemanden, weswegen man sehr lange danach suchen muss. Nee, nee, nee. Also ich glaube, man macht es sich dazu einfach. Also es gibt sicherlich Inhalte, die mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Und es gibt vielleicht auch Inhalte, die sind nur für die absolute Nische. Da wird es tatsächlich schwierig, das einer breiteren Masse zu zeigen. Aber wenn ich jetzt daran denke, dass wir mit Wohlstand für alle pro Folge über 40.000 Aufrufe haben, wenn ich weiß, dass wir mit dem neuen 20er-Podcast über 80.000 Aufrufe pro Folge haben, dann ist das schon viel dafür, dass diese Podcasts nirgends beworben werden, sodass nur wir die mal posten und vielleicht ein paar Leute aus der Community. Das heißt, da gibt es schon auch Leute. Das ist jetzt nicht so viel, wie RTL mit DSDS bekommt. Das ist mir schon klar. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem, was so diese Premium-Podcasts vom Öffentlich-Rechtlichen oder so erreichen, dann kann man da sehr gut mithalten. Ich würde schon sagen, dass es eine Community dafür gibt und die kann auch größer werden. Und das sind aber auch Inhalte, die sich als originäre Inhalte verstehen und nicht einfach nur sagen, gut, die Welt ist so, wie sie ist. Also müssen wir uns heute auch mit Urs Poschert beschäftigen. Das kann man mal machen. Das ist natürlich so. Aber ich finde, diese Wiederkehr des Immergleichen hat ja auch etwas enorm Trostloses. Es wäre für mich so, als müsste ich in der Filmanalyse jede Woche einen Til-Schweiger-Film besprechen. Ich mache das einmal im Jahr, wenn dann einer kommt. Und da gibt es auch manchmal noch mal was Neues dann zu entdecken. Aber wenn das jetzt jede Woche so wäre, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann durchdrehen. Zumindest würde mein Publikum nicht besonders davon profitieren. Und ich habe den Eindruck, dass die Beschäftigung mit allem, was nicht links ist, auch immer etwas ist, womit man dann sehr gut zurande kommt, weil man sich dann nicht mit den eigenen Ansätzen beschäftigen muss. Das, glaube ich, ist ein großes Problem, das jetzt auch nicht nur bei Twitter vorfindlich ist, sondern generell sehr, sehr prägend ist. Und dass man dann auch sehr dankbar zum Beispiel ist, wenn man noch mal irgendwo eine Demo findet, wo jemand was von Engeln oder von Bill Gates oder sonst was erzählt, dass man sagt, ah ja, da können wir noch mal anfangen. Aber eigentlich ist es uns ja schon klar. Also bei mir ist manchmal nicht so eindeutig, wofür die Aufklärung dann da stattfindet. Denn die Bürger, die jetzt tatsächlich an Engel oder an eine große gechippte Welt durch Bill Gates glauben, die sind ja eh nicht für rationale Argumente zugänglich. Und alle anderen werden ja ohnehin einsehen, dass das ein bisschen irre ist. Es geht vor allem, also das Problem ist eben genau, du hast mir ja schon mal erzählt, wie lange du schon auf YouTube diesen, deinen Content produzierst, wie du sehr lange gebraucht hast, damit du sozusagen Fuß fassen konntest, damit dann auch mal die ersten Klickzahlen dann in den Tausendern waren. Und aus meiner Perspektive jemand wie zum Beispiel Thilo Jung und sein Interviewformat, eigentlich müsste das, müsste jedes Interview dort mehrere Millionen Klicks haben und er müsste eigentlich auch Abonnenten haben im 10-Millionener-Bereich. Meiner Meinung nach, bei dem, was er da macht, bei den Gästinnen und Gästen, die er dort einlädt. Da sind ja Menschen wie Jens Spahn dabei, da waren Personen wie Sarah Wagenknecht dabei, Gregor Gysi und so weiter. Also wirklich Hochkaräter der politischen Landschaft. Und trotzdem am Ende sind es dann, ich glaube, er ist bei ungefähr 800.000 Abonnenten. Und das ist eben genau das Ding, dass ich beschäftige mich ja viel mit den rechten Netzwerken, die auf YouTube existieren. Und man fällt da manchmal aus allen Wolken, weil es gibt dort teilweise Accounts, wo jemand einfach für 10 Minuten eine Kamera anmacht, da reinschwurbelt und am Ende 100.000 bis 200.000 Klicks pro Video macht. Und weil eben die Zuschauerinnen und Zuschauer, die darauf anspringen, die sind da einfach aktiver dabei, das alles auch anzuklicken, während jemand wie du es einfach schwerer hat. Und jemand, der neu einsteigt in das Business, sag ich mal, hat es eben auch sehr schwer Fuß zu fassen. Und ich kenne sehr viele Menschen, die haben es versucht, die haben versucht, Video-Essays zu produzieren zum Beispiel und mussten einfach nach fünf, sechs Videos aufhören, weil jedes Video, die Videos waren toll geschnitten, die Videos waren toll produziert, inhaltlich toll aufbearbeitet, mit teilweise Dekorationen im Zimmer, die darauf abgestimmt war. Die haben Kostüme getragen, die sind nach draußen gegangen, haben mit Schauspielern was gedreht und am Ende sind es dann halt die 1.000 oder 2.000 Klicks pro Video. Und der Aufwand ist dann einfach zu groß und die haben halt auch noch ein Leben. Und dann mussten sie halt einfach sagen, jetzt lass ich's. Und da hat die rechte Landschaft einfach wesentlich leichter. Man glaubt, also als ich mich da wirklich mal in dieses Hasenloch begeben habe, ich bin total vom Glauben abgefallen, wie viele Accounts es gibt im rechten Spektrum mit mehreren hunderttausenden Abonnenten, die wirklich sehr stumpfen, sehr einfachen Content produzieren, der einfach so aussieht. Ich mach eine Kamera an, rede einfach da rein, mach die Kamera wieder aus, lad das auf YouTube hoch, während du beispielsweise für deine Filmanalyse Bücher wählst. Du legst dort Material zurecht, aus dem du zitierst. Das Ganze ist auch noch geschnitten, du hast einen schönen Hintergrund gestaltet, du ziehst dich dafür entsprechend an und so weiter und so fort. Aber es ist sehr simpel produziert. Also das ist produziert, die Filmanalyse ist gedreht in 35 Minuten und dann ist das abgefeiert. Richtig. Das heißt, ich würde jetzt mal als kleinen Tipp, aber für Leute, die was machen wollen, man sollte auf jeden Fall so produzieren, dass man es in einer sehr eng getakteten Regelmäßigkeit wiederholen kann. Also Außenträgs zum Beispiel kommen für mich nicht in Frage, weil es immer dann gerade regnet, schneit oder die Sonne ist zu hell. Das heißt, solche Sachen sollte man unterlassen. Und ich glaube auch, dass sehr viele Dinge einfach funktionieren. Twitch ist ja ein Beispiel. Also wir sind hier in einem Gespräch, wo zwei Leute jetzt einfach hier sitzen und sich unterhalten. Und wenn ich mir ansehe, was bei Twitch erfolgreich ist, dann habe ich da einen Montana Black, der in seinem Man Cave sitzt und irgendwas erzählt. Oder ich habe einen Riso, der irgendwelche TikTok-Videos guckt und die ganze Zeit nur sagt, ey Leute, Alter, nee, ist das krass. Wow, ey, das so, das habe ich echt noch nicht gesehen. Da würde ich sagen, da ist die Vorbereitung ja jetzt auch nicht so immens. Ja. Und die intellektuelle Überforderung hält sich auch in Grenzen. Das heißt, oft ist es im Internet das, was am einfachsten funktioniert. Ich glaube, ja, es gibt dieses Phänomen der Rechten. Und dann gibt es das viel größere Phänomen, dass einfach nur Scheiße sich angeguckt wird, ohne irgendeine politische Implikation. Kann man sagen, ist immer noch besser als irgendwelchen rassistischen Kram. Das stimmt auch sicherlich. Aber man muss auch überlegen, welches Publikum. Also gibt es einen Unterschied zwischen Quantität und Qualität? YouTube und all diese anderen Plattformen messen ja nur Quantität. 1.000 Klicks, 10.000 Klicks, 100.000 Klicks. Aber wer guckt eigentlich? Und das ist dieser Unterschied, den früher ja Qualitätszeitungen schon immer machten, wie Washington Post in Amerika damals oder hier in Deutschland, die FAZ. Das waren natürlich nicht die Zeitungen, die auf jedem Tisch lagen. Auf jedem Tisch lag die Bild-Zeitung. Aber sagten diese Redakteure sich dann immer, dies ist die Zeitung, die auf dem Schreibtisch des Vorstandsvorsitzenden des Bundeskanzlers etc. liegt. Das heißt, diese Artikel haben einen wirklichen Impact dann auf die Gesellschaft. Und diese Frage kann man sich auch stellen bei linken oder intellektuellen Inhalten. Klar möchte man, dass die auch gesehen werden. Und ich freue mich ja auch über eine gewisse Reichweite. Es ist ja nicht so, dass ich das nur für mich mache und drei Artgenossen. Aber man muss sich auch fragen, ob es nicht primär darum geht, ein qualitatives Ergebnis zu haben. Das heißt, wirklich ein gutes Publikum hinter sich zu haben. Denn ich sage mal, das Publikum, das Reichert und Co. guckt, das guckt sich heute dies, morgen das an, da findet ja auch nicht nochmal irgendwie ein neuer Prozess statt. Von den Leuten geht ja auch nichts aus, außer ein bisschen Hass, das sich dann in den Kommentaren nochmal zeigen wird. Aber das ist nicht ein Publikum, das in gewisser Weise wichtig ist für das, was gesellschaftlich von Belang ist, was sich bewegt. Also ich würde diese Abstufung schon mal machen wollen. Und dann sieht vielleicht die Welt auch gar nicht so düster aus. Nee, absolut nicht. Also am Ende des Tages glaube ich auch daran, dass wir immer noch in einer der besten Zeiten leben, die Menschen jemals erlebt haben. Wenn es um Freiheitsrechte geht, auch wenn es um Mitbestimmung geht und freie Entfaltung. Und wie du schon sagtest, Homosexualität galt mal als Krankheit. Man wurde dafür bestraft. Heute können, gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe. Und darüber hinaus auch einfach einen gesellschaftlichen Wandel und Wandel, progressiver Wandel. Ich dachte, du machst jetzt den Witz und heute ist es okay, wenn man es nicht ist. Ja, klar. Das glaube ich im Übrigen auch. Der Linke fehlt Humor. Man ist so sehr, dass man irgendwie Angst hat. Oh, kann ich da und dort und so. Ich glaube, es ist auch, dass so ein bisschen Humor, man kann auch mal mit Schmackes drauf und so. Also da kann ich dich beruhigen. Das ist leider sehr stark. Also die deutsche Comedy-Szene ist ja weitgehend zu einer Spiegel-Online-Kolumne geworden. Und ich finde das so schade, da ich eigentlich auch mal gerne lachen würde. Und deswegen glaube ich, muss man auch mehr Leichtigkeit reinbringen. Ja, da kann ich dich auf jeden Fall, ich sag mal, beruhigen oder dir zumindest sagen, ja, hier auf Twitch sind wir eine ziemlich eingeschworene Gemeinschaft von verschiedenen Streamerinnen und Streamern hier inzwischen geworden aus dem linksradikalen Spektrum. Und wenn wir nicht ab und zu mal das Publikum, das es zuschaut, ordentlich zum Lachen bringen würden mit den richtigen Schnitten an der richtigen Stelle, dann würde uns ja auch keiner zuschauen. Also einfach nur stumpf linke Politik in die Gegend zu blasen, bringt hier halt auch nicht viel. Und man muss es nun mal kombinieren mit dem Unterhaltungsfaktor. Und dazu gehört dann nun mal auch Humor und Comedy und dass man mal über sich selber lachen kann. Aber auch, dass man mal ein bisschen, dass man da ein bisschen mal in, ja, seinen kleinen Zeh in den schwarzen Humor tunkt und so weiter. Deswegen erlebe ich das gar nicht, dass irgendwie wir Linken kennen keinen Humor oder sowas. Hier ist das halt der größte Teil des Contents. Ja, also aus meiner Sicht ist es einfach schwierig in dem Sinne, wie bricht man sozusagen durch das gesamte System durch? Wie schafft man es, wenn man nicht eben die Produktionsmittel im Medienbereich kontrolliert, trotzdem wirkmächtig zu werden? Und diese möglichst effektiv zu nutzen für die politische Agitation, sage ich mal. Und da gibt es, und das ist mein Ansatz, einfach verschiedene Möglichkeiten oder beziehungsweise wir brauchen sozusagen viele verschiedene Ansätze, um ein unterschiedliches Klientel zu gewinnen. Weil, ja, viele junge, hippe Leute gucken vielleicht mich hier auf Twitch, weil das Ganze, weil ich versuche zwar tief in die Materie zu gehen, aber trotzdem alles möglichst einfach zu erklären. Und jemand, der es schicker mag und gerne Anzug trägt, mag deine Filmanalysen. Du hast eine interessante Vorstellung von meinem Publikum. Ne, ne, ich weiß, dass es auch viele junge, hippe Leute sind, wie zum Beispiel mich. Keine Sorge, ich hab das jetzt, ne? Also es gibt keine Kleidervorschrift. Genau, absolut. Hast du eigentlich dann einen Gaming-Stuhl? Wie bitte? Das ist, glaube ich, kein Gaming-Stuhl. Achso, du hast auch keinen Gaming-Stuhl. Ja, der sieht nur so aus. Ich mag diesen Gaming-Stuhl überhaupt nicht. Ich finde, die sehen total schrecklich aus, wenn die dann rot, weiß, pink und sonst was sind. Aber es gibt hier auch zum Beispiel auf Twitch Menschen, die machen linke Politik und die haben bunt gefärbte Haare und die haben ganz viele Piercings und die haben Tattoos. Und die am Publikum, die erreiche ich nicht, weil mir dafür einfach dann der Look fehlt. Aber es gibt Menschen, die schauen gerne mich und die werden abgeschreckt von Menschen, die einen anderen Look rüberbringen und so weiter. Also das sind halt eben diese verschiedenen Ästhetiken, mit denen man spielen muss und verschiedene Dinge, die präsentiert werden müssen. Und ich glaube, das machen die Rechten zum Beispiel sehr effektiv, dass sie sich da gegenseitig nicht in die Parade fahren, weil wir Linken neigen ganz gerne dazu, uns dann gegenseitig vorzuschreiben, wie man es denn richtig macht. Während die Rechten wissen ganz genau, okay, wir bieten dem christlichen Publikum was, wir bieten dem national orientierten Publikum was, wir bieten aber auch dem freiheitsliebenden Hippie was. Und dann gibt es wirklich auch für die ganze Bandbreite an Menschen immer irgendwen, der ihnen praktisch am Ende auch nur erzählt, ja, gib alles, all deine Macht ab und gehorche. Und aber eben mit verschiedenen Narrativen, verschiedenen Vermarktungen und ja, so können die nun mal dann ihr Klientel ausweiten. Und wir Linken müssen das ähnlich machen, dass wir auch versuchen, verschiedene Menschen zu erreichen. Und manchmal ist das halt auch einfach nur die Ästhetik und manchmal ist es auch nur der Sprech. Und ein Rezo zum Beispiel erreicht viele junge Menschen, ich glaube, viele junge Menschen werden zumindest in eine progressive Richtung geschubst, weil er immer Digger sagt und ey alter und krass. Und ja, das sind dann Menschen, die sind lieber dort in eine progressive Ecke geschubst worden, als dass irgendwer anderes sie abgeholt hat. Ja, wenn gleich ich bei Rezo sagen würde, das ist ja immer nur bei ihm so einmal im Jahr, dass er sich politisch mit irgendwas mal zu irgendwas äußert, aber es ist ja nicht ein politischer Streamer in dem Sinne. Genau. Und meine Vermutung ist, wenn er das öfter machen würde, dann wäre er auch schnell weg vom Fenster. Deswegen braucht es auch verschiedene Abstufungen. Also es braucht einen Rezo, der das einmal im Jahr macht. Es braucht irgendwen, irgendeine andere Content-Creatorin, die das fünfmal im Jahr macht. Und dann gibt es irgendwen, macht das dann das ganze Jahr über bis dahin. Und die holen auf verschiedene Art und Weise Menschen ab und schubsen sie hoffentlich eben in eine progressive linke Richtung und eventuell landen die dann irgendwann im antikapitalistischen Bereich, im marxistischen Bereich. Naja, schubsen klingt immer so passivisch. Also es sind ja Subjekte, die selbst gehen können. Für mich ist ja eigentlich der Anspruch von Kritik, von Ideologiekritik im Speziellen, dass der Zuschauer aktiviert wird im Denken. Und das Denken geht aber dann beim Publikum weiter. Ich bekomme, wann immer ich E-Mails bekomme von Zuschauern, eigentlich jedes Mal den Satz zu lesen, auch wenn ich nicht mit allem einer Meinung bin. Also es ist interessant, dass der Widerspruch immer schon in der ersten E-Mail mitformuliert wird, was an sich ein gutes Zeichen ist. Denn darum muss es eigentlich gehen. Es geht nicht darum zu sagen, hier stoßen wir jemanden hin. Und dann steht der da und sagt, ah ja, nehme ich auch mit. Sondern es geht eigentlich darum, selbst anfangen zu denken. Und dass das kritische Denken eine Bewegung wird, die man dann gerne vollführt. Ich weiß nicht, ob du diesen wunderbaren Film gesehen hast, Don't Worry Darling. Ein ganz großartiger Film, der zum einen davon handelt, wie eigentlich so eine Jordan-Petersen-Liga sich eine eigene Welt konstruiert und dort die Frauen gefangen hält, um jetzt schon ein bisschen zu spoilern. Zum anderen, und das ist vielleicht der noch entscheidendere Punkt, das ist aber ein Film, in der die Protagonistin anfängt, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen und anfängt, kritisch zu betrachten. Und dann aber auch unglaublich viel Gegenwehr bekommt von ihrem Umfeld. Und wie sie aber trotzdem das kritische Denken sich beibehält, bis hin zu einem Denken, das zur Freiheit führt. Und das ist eigentlich das, was für mich das Wichtigste ist bei aller politischen Bildung. Es ist nicht jemanden an die Hand nehmen und mitführen, sondern es ist ja gerade auch der Widerspruch, der überhaupt erst Freiheit erzeugt. Ja, ich bin ja Pädagoge, ich komme aus dem pädagogischen Bereich und dort ist es immer wieder eine Diskussion, wann führt man, wann lässt man Autonomie gewähren. Und das große Ziel ist ja, in der Pädagogik sich selber als Pädagogen redundant zu machen. Man arbeitet aus seiner eigenen Arbeitslosigkeit hin, dafür macht man das. Und das ist eben, das hört nicht auf, wenn man politischen Aktivismus betreibt, wenn auch die Filmanalyse ist pädagogisch selbstverständlich, sie bildet, sie transportiert Informationen. Und am Ende geht es dir wahrscheinlich auch darum, nicht, dass die Menschen dich brauchen, um die Ideologie in den Filmen zu sehen, sondern du wünschst dir, dass sie irgendwann selber verstehen oder dass sie irgendwann sehen und nicht nur schauen und dann dich einfach gar nicht mehr dafür brauchen. Und das ist natürlich etwas, wie man das macht, ja, da feilt die Pädagogik bis heute noch dran. Und die Umstände ändern sich ständig, die Möglichkeiten, die man dafür hat, ändern sich ständig. Und so hilft es nur, weitermachen. Und meine Hoffnung ist auch immer, dafür mache ich das, dass die Menschen aktiv werden, dass die Menschen aktivistisch tätig werden und dass die Menschen dort aktivistisch tätig sind, wo sie sowieso jeden Tag sind. Im Freundeskreis, bei der Arbeit, in der Familie, in der Schule, in der Uni. Natürlich nicht im Sinne von, sie sollen jeden Tag versuchen, irgendwie die Menschen zu missionieren, aber dass, wenn die politische Diskussion aufkommt, dass sie dann wissen, wie debattiere ich, wie diskutiere ich, wie setze ich die Argumente an, wie erkläre ich Menschen Umstände, die sie vielleicht noch nicht verstanden haben, in der Hoffnung, dass dadurch eben mehr Menschen die richtigen Informationen erfahren, dass sich Informationen multiplizieren und verbreiten und daraus dann hoffentlich auch eine, ja, stückweit, dass das hilft, eine bessere Gesellschaft dann am Ende zu erschaffen. Ich arbeite nicht an meiner Abschaffung, das keineswegs. Ich arbeite daran, dass Zuschauer natürlich ideologiekritisches Rüstzeug in die Hand nehmen können, um Filme auch zu analysieren. Aber es geht ja auch darum, verschiedene Perspektiven auf Filme einzunehmen. Das heißt, jeder sieht seinen eigenen Film und ich präsentiere auch diese meine Sicht auf den Film, ohne immer zu sagen, und das ist jetzt meine Sicht auf den Film, wessen sich denn sonst. Und dass dies aber ermöglicht beim zweiten Mal sehen zum Beispiel eines Films, dass man mit dieser Perspektive auch noch reingeht. Denn ich lese ja auch zum Beispiel viele Filmanalysen oder beschäftige mich mit der Filmgeschichte, mit Filmtheorie, bekomme also dort auch wieder neue Perspektiven. Und damit werden die Werke, die man sich ansieht, ja nur vielschichtiger. Und das ist eigentlich erst mal so eine Lust, mehr sehen zu wollen. Und es ist aber nicht dahin, dass ich sage, und dann hat man da irgendwann so einen Punkt erreicht, dann kann man alleine gehen. Also ich mache ja keine Ausbildung. Es ist nicht so, dass man sagt, so und dann nach drei Jahren kannst du Haare schneiden. Und dann brauchst du mich nicht mehr, dein Meister. Das ist auf keinen Fall so. Sondern das ist schon etwas, dass man quasi kritisches Rüstzeug sich erwerben kann. Aber es geht jetzt nicht darum, dass man an irgendeinem Punkt angelangt ist. Denn ich bin ja auch nicht an diesem Punkt, dass ich sage, ja, ich weiß jetzt alles oder so. Sondern auch ich rezipiere ja nach wie vor weiterhin Texte, um die Welten des Films besser zu verstehen. Und das ist ein Prozess, der nicht endet, der also nicht abgeschlossen ist, wie zum Beispiel eine Schullaufbahn. Genau. Ja, ich glaube, wir können es damit dann aber auch abschließen, unser Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn du noch etwas zum Schluss sagen möchtest, dann kannst du es gerne jetzt tun. Sonst, ja, man kennt dich. Ich bin ja kein Angeklagter. Ich kann ja jederzeit widersprechen. Richtig. Und es hat mich sehr gefreut. Also man kennt dich aus der Filmanalyse. Auf jeden Fall anschauen. Sonst aus den 29ern, aus Wohlstand für alle. Und es hat mich sehr gefreut, nochmal mit dir zu sprechen. Ich hatte eigentlich ein ganz anderes Skript vorbereitet. Ich wollte so gerne nochmal mit dir über Avatar 2 sprechen und die Ideologie in diesem Film. Nein, du fandest ihn nicht gut. Nein, ich fand den nicht gut. Okay. Ich fand den aber interessant, weil der für mich, ich sag mal, diese, ich hätte gern noch mit dir darüber gesprochen, diese Polarisierung der Gesellschaft, wie die sich auch im Film widerspiegelt. Weil ich fand, Avatar 2 hat das genau gezeigt. Weil Avatar 2 praktisch nicht nur den Konservativen und den Liberalen abholt, sondern sozusagen für mich gefühlt den Linksradikalen und den Rechtsradikalen. Weil der Rechtsradikale sieht eine hierarchische Gesellschaft, die sozusagen alte Werte vertritt. Und der Linksradikale, der sieht Naturschutz, der sieht das Aufbegehren gegen eine Übermacht, die da von außen kommt und alles zerstören möchte. Und darüber hätte ich gern noch mit dir diskutiert, warum Hollywood in Anführungszeichen das macht. Das ist gut herausgearbeitet. Und eine Antwort wird sein, dass wir es mit einem Weltmarkt zu tun haben. Genau. Und dann kann man da auch jeweils als Land sich positionieren, wer ist da gerade wer und wer wird von wem okkupiert. Also das Schlimme ist immer, dass diese Filme auch in beide Richtungen gehen. Genau. Und das finde ich sehr interessant. Vor allem, was erwartet uns noch da, weil ich habe diese Entwicklungen vorher nicht kommen sehen. Und naja, vielleicht bereite ich es nochmal für ein Gespräch in Zukunft auf und wir greifen den Gedanken nochmal auf. Ich fand die Diskussion trotzdem mit dir super spannend und super interessant und könnte auch noch ewig mit dir weiter diskutieren. Sonst, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns auch nochmal irgendwann in einem Café in Köln. Bis bald. Oder anderswo. Tschüss. Ciao. So. Das hat Spaß gemacht und ging tatsächlich in eine ganz andere Richtung, wie ich es mir vorgestellt hatte ursprünglich. Aber trotzdem in eine sehr interessante Richtung. Vor allem am Anfang, da ist man sozusagen, wie führe ich jetzt hier genau durch dieses Interview sozusagen, diese Diskussion. Wie mache ich das am besten? Man bereitet natürlich diverse Fragen vor, an denen man sich ranhangeln kann, aber man versucht natürlich auch spontan zu bleiben. Und man kann natürlich nicht abwägen, wie lang sind so Antworten, wie kann ich da reingrätschen. Und ja, und dann begann Wolfgang die Diskussion ab dem Zeitpunkt, wo er gefragt hat, wie ist das denn, wenn du da auf Twitter den Julian Reichelt anflaumst? Wofür macht man das? Man muss immer genau Abos auswählen, mit wem man überhaupt eine Debatte führen möchte und führen kann. Und ich bin halt nicht der Typ, der hier einfach irgendwelche Zuschauenden einlädt, weil das finde ich dann wieder ein bisschen meh. Ja. Das hebben Sie sehen. Ja. Bis zum nächsten Mal.